hallo und herzlich willkommen zurück zu town of salem mit krian guten tag mit tako guten morgen mit dem k-gasp und ausnahmsweise mal nicht mehr auf dem teamspeak die chrisu spielt aber trotzdem mit dem alex genau wir spielen classic mit classic namen das heißt wir petzen nicht unsere rolle und ja schauen wir mal was wird so durchaus und du bist bei mir ganz schön legge ja bei mir auch ein bisschen ja dann muss ich mal schnell den upload im hintergrund noch etwas eingrenzen mach das ach hier muss ich nicht mal reinschreiben wer ich reinschreiben wer ich bin es gibt ja keinen disguiser das weißt du nicht kann es nicht geben bis jetzt ja hervorragend ach ja ich würde euch ja fragen was ihr so seid wie immer am anfang der runde aber es ist ein blöd in der klassik schon irgendwie alter es rastet meine musik gerade so aus sag mal jago benutzt du auf youtube adblock warum denn weil zum beispiel für das videospiel just cause 3 momentan trailer unterwegs ist mit einer sehr geilen musik ja ich schick's mir nach der aufnahme ist ein sehr interessantes cover von firestarter von the prodigy okay nice okay zwei tote ja scale mafia wahrscheinlich ne ich hab auf youtube also ich hab auf ich benutze ja hauptsächlich chrome da hab ich eh keinen adblock drauf aber wenn ich auf youtube bin da hatte ich auch den adblock immer aus weil ich meine die youtuber die ich gucke verdienen meistens damit ihr leben und das ist ja ein bisschen blöd oder halt eben nicht wegen sowas ja richtig genau und ich meine wenn die schon ihre zeit dafür opfern ich meine die verdienen bestimmt nicht schlecht aber trotzdem oh vigilante okay und suicide und sk krass oh invest hello doggie sorry sorry ich hab dich umgebracht mir voll leid ausgerutschtes messer ja passiert mir auch gar nichts für ja überhaupt nicht naja zumindest hab ich dann schon einige überlegungen kürt gut was machen wir das ist wirklich viel los ja nicht wirklich und nur leute die sich wohnen das shadowgau hello doggie ja vor allem dass er angeblich angeschossen wurde vom vigilante der es ja überhaupt nicht kann in der ersten nacht ja ok johns no exe hey gel erst mal nachfragen ja chaco meint wieso bitte meinen mafia kollegen genau auf jeden fall genau auf jeden fall we are pointing fingers wo 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 kann ich armour das wir teams es sei denn tot durch jailer das ist eine möglichkeit das ist korrekt dann kann der skate zumindest nicht mehr sagen ja ich bin doktor werden zwar noch den random town aber ich wollte es gerade sagen wenn er jetzt wirklich schärfe es ist halt die wahrscheinlich damit sie damit in dem ton geklärt richtig und mit land ist wahrscheinlich tun welche überraschung ja es ist auch gut wie war ja natürlich hatte ich es auch aber deswegen erschieße ich ihn doch nicht das war doch möglich dass er scheibe frisst ja demnach reden bin ich jetzt tot klar war es möglich aber wenn er dann auch noch sagt we are just pointing fingers ja natürlich dann schieße ich ihn wahrscheinlich weil das ex ist halt relativ klein mir doch egal ich verstehe dass wir jetzt keine investigative rolle mehr haben ja und das beste ist er hat ja auch noch auf einen gewählt der also wo er nicht mal wusste was er ist richtig das ist echt krass ok shadow ist exe tja sogar kein biete witsch was sogar dann kann ich lesen aber ich glaube ich habe etwas früher gesagt dass er witsch ist ja doch ich wollte gerade schon sagen ja kommen wir einfach den witschi hoch bestimmt ja tolle sache ja dumm gelaufen passiert ich hab irgendwie auch angst dass ich jetzt als nächstes sterbe weil ich da ganz allein da oben stehe ich sag mal so wenn ich schon ein vigilante gestorben wäre ich ihnen nicht angegangen was problem ist halt in dem moment wo ich gejellt worden wäre welche gestorben eventuell ja ich sag mal so wenn je nachdem wer der jeller ist gesagt okay du wirst es mir nicht glauben aber ich bin ein vigilante ja klar ist immer schwierig die ganze geschichte da weil viele beachten dass auch gerne mal nicht und ich habe meine rolle schon wieder voll verhauen bist du witschi geht ja gar nicht bist du jayla wieso jayla keine ahnung was du gesagt hast du hast deine rolle verhauen übrigens welche überraschung ich bin tot das ist irgendwie nicht gerade verwirrend was warst du kreieren ich war es kocht auch nicht hast du reingeschrieben wenn du besucht hast ich schreibe immer rein wenn ich besucht habe ich wollte ihn vor allem nicht schon die nacht vorher escorten aber dann bin ich gejagd worden und nun smith ist tot er starb an schuld gefühlen aber kreieren wenigstens bist du nicht in den veteranen oder so reingelaufen ja es gab ja keinen mehr stimmt zwei vigilantes heißt town killing und random ist raus ja also town ist relativ am ende ja klingt wahr just think me my target ist garg das wäre jetzt wiederum lustig wenn der garg jayla will einfach ihn mitten im exekutieren ja der john snow scheint nicht zu wissen was random oder calculated heißt nein nein das war kalkuliert er hat kalkuliert das pixel weiß er hat einen gecheckt und zwei sind gestorben dementsprechend war die wahrscheinlichkeit dass pixel master mafia oder sk ist sehr sehr hoch ja das ist genau wie bei mir in meiner letzten runde mit jester ich habe auch gewusst wer alles mafias deswegen habe ich sie rausgesucht richtig ah das war so ärgerlich naja alex wow mein informatiklehrer hat uns gerade überrascht kriso leben noch hier sind wahrscheinlich alle drei böse wahrscheinlich alle drei mafia richtig die sprechen sich da voll ab mein informatik prof hat ungefähr ja bis gestern ne bis heute gebraucht um die erste teilklausur vom ich glaub 19. januar zu korrigieren und die zweite hat er gleich mit korrigiert ich halt immer noch auf meine infoklausur das problem ist ich weiß meine gesamten note noch nicht kannst du nicht ausrechnen ich weiß nicht wie viel die großen und die kleinen test insgesamt zählen ich meine er hat da irgendwann mal eine e-mail geschrieben i would never point random you did natürlich sein letzter wille sagte doch eindeutig shadow not suspicious ja wer hat er auf pixelmaster gebotet ja eben tut ihm bei catnap oh und schon wieder einer tot oh er war look out ne er sagt gott frage aber hier im chat hat er doch gar ne catnap hat das gesagt ja warum hat er dann gesagt er wäre hier look out what the fuck wahrscheinlich wollte das noch schreiben werden erlebt wahrscheinlich okay dann sind unsere drei zumindest schon mal nicht mafia alle drei das ist wahr ja gut angeblich soll ja dark townie sein ja alles lügen oh mein gott als wenn ich gut sein könnte es ist so schlecht also nur so ihr könnt es ja nicht sehen im dead chat john snow verteidigt sich gerade er war ja ganz klar der meinung dass pixel man böse ist er hat ihn zwar nicht untersucht aber er muss es ja aber er musste das einfach weil wenn die zwei townies tot sind da bleibt keine andere option pixel ist dann böse ja und vor allen dingen er meinte er hat darauf geachtet wer schreibt und wer nicht schreibt oh jailer hat shadow exekutiert für dich ja auch gemacht brava gehack brava gehack brava gehack ich hab niemanden exekutiert das kann ich leider mit meiner rolle nicht ja aber trotzdem hast du halt quasi keine chance wenn du town sein solltest wie der executioner gesagt hat man da stehen zwei mafia sk 3.000 mediums curse der sk immer reinschreibt sorry kizuki ist wahrscheinlich der sk voll krass der alex lebt noch noch ja ja er ist wahrscheinlich immun er ist der sk nee wär ich gerne ich hoffe das pixel wirklich gut ist das wäre so lustig einfach nur um den johns noch mal eins einzureichen direkt nochmal so ha 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 ich hab dich trotzdem gekillt ha ha ich mein ok es war nicht mein intelligentester move aber trotzdem natürlich nicht aber die erklärungen die er da raushaut die sind einfach super die sind so ähm also so science bitch mäßig nicht oh jetzt sagt er ist der jailer damit will er als nächstes gehen von dem höchsten ok das heißt wahrscheinlich das pixel maus der wirklich mafia patty patterson wahrscheinlich der andere wirklich wirklich oh ich vertraue dem gar mal ich sag ja alex ist der sk der will die mafia langsam auslöschen richtig oh und mit sie sagt dass patty jailer ist er ist halt auch noch ein jester drin richtig kann natürlich gut sein dass er das macht aber er ist halt dumm wenn er wirklich jailer claimt der echte jailer noch liegt durchaus weil der jailer mit exekutiert und dann ist halt ein jester tot richtig also town ist sowieso relativ dumm hier ich meine es lebt quasi okay look out und jailer richtig müsste sein oh welch ein wunder ich bin tot noha jailer tot du hast ja der garg ja nein ja ich war patty patterson wusste ich doch oh du hast nicht mitgenommen exekutiert du warst gar nicht jester äh jailer doch war ich krass warum hast du keinen umgebracht ja arg du hättest töten können hm hm das verstehe ich jetzt nicht die shadow exe was verstehst du nicht ähm ich habe direkt schon am tag hingeschrieben wenig jail mhm vielleicht nicht zugemacht doch habe ich zugemacht musste ich weil ich dann nochmal gucken wollte ob ich nicht jemand anderen jail und äh das hat er nicht übernommen das ist jetzt blöd für den letzten tauny und für die mafia hm naja gut ich denke mal dass die mafia inzwischen weiß wie das key ist alex was willst du denn du kannst es ja jetzt sagen ach so ihr seid ja alle tot gell ja ich bin mafia ja surprise ist krisukia auch oder nein krisukia claimed look out genau das heißt krisukia ist der letzte tauny ja pixel master ist mafia ja egal der sheriff ist trotzdem doof ja aber die sache ist halt wenn sie wirklich wenn kriso halt wirklich look out wäre äh wirklich look out ist tja gucken was ich jetzt wähle sie können das spiel vor euch noch ganz schön hinschmeißen ja sie muss ja eigentlich nur eine mafia hochwählen aber das problem ist sie können keinen mafia hochwählen 30 ist jester deswegen wähle ich ihn auch impossible immer jester hochwählen ist ganz wichtig naja habt ihr glück gehabt kriso sagt komm lass die mafia gewinnen aber wenn sie nicht hochgewählt hätte er ist Kay gewonnen im normalfall ja unter umständen wenn man eben auch mehr zwei stimmen oder ja aber richtig wenn er kriso gekillt hätte dann nicht aber wenn er einen von euch beiden gekillt hätte dann auf jeden fall richtig ansonsten hätte krisuka wieder entscheiden können was los ist richtig loll ja kann ich mehr schreiben jetzt kann ich sowieso nicht mehr schreiben yay aber ist gut dann fangen wir die aufnahmen für heute abend positiv an dass der alex nicht butt hört ey komm du musst zugeben das gestern war scheiße im stream ja es liegen immer auch scheiße im stream ja natürlich war ich butt hört da hat er einfach mit seinem randomiger noch recht gehabt ich fass es nicht random? ja der john snow weil er random auf pixelmaster gezeigt hat und er hat ihm noch recht gehabt egal ich denke mal der wusste das ne konnte er in der ersten also oder er hat halt den letzten brilgen einfach so falsch geschrieben kann nicht sein er hätte er nicht beim ersten not suspicious hingeschrieben beim zweiten noch nix ja keine ahnung also irgendwas oder hat er gecheatet und muss es deswegen zwar auch sein wie nur noch sei mafia gewinnt fängt wieder doof an ich bin dafür dass wir gleich ohne custom spielen und keine das ist so gut mit ihm das medium sagte alex ist 13 äh alex 13 ist das kill ok und alex ist am lügen hm auch jetzt auch töten können ja das habe ich auch gesagt einfach töten es dauert es noch mal eine minute eineinhalb du bist der framer oder was? ja typisch alex oh ne hat pixel master echt gemeint es wird daran sie können veteran sein genau deswegen will ich wieder custom spielen nein eben nicht pixel master na komm das ist ja nicht mal riskant nö deswegen hatte ich sie auch äh nicht exekutiert als ich sie gejellt hab wieso? weil es war einfach noch möglich dass sie lockout ist ja und mir hätte helfen können sie ist ja auch lockout ja gut jetzt weiß man es ja ja klar vorher war halt noch ähm sk dabei die zwei mafia und lockout ja sie hätte ja nicht sk sein können sonst hättest du dich ja umgebracht naja ich wurde ja vom sk getötet ja aber nicht in der nacht wo du sie gejellt hast doch echt? ja aber du hättest dann du hast aber lesen können dass du sie nicht gejellt hast dass sie nicht der sk war achso steht hier unten ja das steht immer drin ja deswegen ist es immer so schlimm wenn der jailer oder der escort dem medium sagt sie ist auf jeden fall ich hab sie gewo-blockt aber ohne beweis weil die nicht mal richtig lesen könnte das ist so nervig und dann gibst du das medium weiter und alle taunt denkt okay wir folgen ihr sag falsch ja super ja das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden wenn du vom wenn du der sk wo-blockst indem du escortest oder jailst und du tötest dich dadurch steht unten du wer killed by SK you roadblocked, you jailed oder sonstiges. Das steht drin, damit du weißt, dass er es war. Aber viele lesen das einfach nicht, diesen kleinen Satz. Achso. Okay. In dem Sinne, bye bye, schon mal von mir. Genau. Wie immer von dem Arcade, bei Leute. Tschö.